sagen da ist wirklich hier und wenn ich dann echt sehe wie sich hier manche von euch benehmen leute wie den armen drachen dort fertig machen kommen mir echt die tränen muss ich ganz ehrlich sagen da ist wirklich hier bereits den einzigen sohn gott zu opfern um seine liebe gott zu zeigen wie zeigt ihr gott yahoo für eure liebe ihr hasst ihr zerstört ihr mobbt ihr beleidigt wie sagt ihr unserem herrn eure liebe wie es macht mich einfach so traurig echt macht mich fertig einfach da ist einer der opfert seinen einzigen sohn oder wie seinen einzigen sohn opfern zeigt wirklich dass er alles für unseren herrn tut und was macht ihr tut seine saver mw kay sewa kyle und wir alle heißt es tut mir leid ich kann einfach nicht mehr länger leugnen wer ich bin ich bin lukas heil homosexuell und so werde ich mein leben ab jetzt auch leben ja drachen hater ich gebe euch eine letzte chance denn ich bin schwul ich bin cool und bald bin ich weg denn ich verlasse euch wenn er nicht bald kommt mir aufmerksamkeit schenkt immer dran denken ich bin schwul ich bin cool ich bin stolz darauf und bald bin ich weg so liebe drachen dort hater trolle oder was ihr auch seid jeder von euch der reiner winkler geiler und cooler findet als mich lukas heil der ist fäden von jaja binks mein name ist lukas heil hater trolle loyale wie auch irrelewante zuschauer da draußen ich fordere euch auf mir wieder aufmerksamkeit zu schenken denn sonst all right so was ist dein name christian so 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 Vielen Dank.